In 3, 2, 1, piep. Diese Musik macht mich kirre. Curry macht sie dich. Aber ich mag die Musik. Dieses... Und jetzt kommt so eine andere Techno-Mucke, die nicht so geil ist. Hallo liebe Freunde der digitalen Unterhaltung und willkommen zu einer neuen Folge von Rocket League mit Sgt. Max und meiner Wenigkeit. Hallo. Hallo. Ö, ö, ö. Das sieht nicht gut aus. Das ist ungünstig. Leider kein Boost. I do not have a Boost. Ich hab's abgefälscht. Hast du gut gemacht. Ich hab ihn richtig so gebäselt. Ich hab ihm nochmal so einen kleinen Stups gegeben. Ich hab außerdem jetzt eine Warnleuchte obendrauf. Ich hab einen kleinen Sombrero. So ein Mexikaner-Hütlein. Das find ich voll sweet. Oh, fab. Der kommt genau vors Tor. Aber so richtig. Wenn du jetzt immer mit einem Ultra Boost, so wie ich dabei wärst, dann könntest du das nicht mehr. Hab ich nicht mehr erreicht, das Ding. Erreicht. Ich habe dies nicht erreicht. Ah, das war dumm von mir. Oh. Ungünstig. Oh, gesaved. Oh nein. Ah. Ich hab einen destroyed. Hab ich gesehen. Hab ihn abgelotzt. Ich bin am Tor gelandet. Jan Hansen. Wir spielen gegen Jan Hansen. Jan Hansen. Pass mal auf, Hansen. Das könnte was werden. Jetzt machen wir ein Tor hier. So geht das. Okay, der ist. Nice. So geil, der ist. So geil, der ist hier. Pass mal auf. Ob der auch den guten Hansen rum hat. Ach so, ja, überspringen. Nice. Der Kunstrasen ist heute auch wieder ganz nett. Ist gut, ne? Ja. Bisschen zerfleddert, aber er gefällt mir ansonsten. Da muss Papa ran. Ball rückziehen. Oh, den haben sie gut gepflegt. Oh, das hat er gut gemacht. Gemächt hat er das. Das Gemächt? Ja, das gute Gemächt oder was? Ja, das Gemächt. Ah, der war auch nicht schlecht fab. Ja, hat aber nichts gebracht. Ich hab keinen Boost. Ich hab keinen Boost. Oh, ich hab ihn in die falsche Richtung. Ja, abgewürfelt. Abgewürfelt? Abgewürfelt. Ja, jetzt hat er mich abgewürfelt. Jetzt hab ich dich abgewürfelt. Jawohl. Kommt vors Tor, kommt vors Tor. Und? Ja. Ich hab zwei Tore gemacht. Wie geht das? Du hast ihn abgefälscht. Gar nicht wahr. Das Tor hab ich jetzt gemacht. Nein, guck's dir an. Da steht Tor. Ich hab geschossen und du bist nur dagegengekommen. Siehst du das? Tor von Fab steht da. Da steht Tor. Wenn das da steht, dann... Nein, hast ja recht. Nö. Schon okay. Hast du gut gemacht. Das war vor allen Dingen jetzt mal ganz gut. Aber ich will den Boost haben. Ja, scheiße. Dumm. Ja, ich hab einen destroyed. Boah. Nein. Ja, 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 ja. Boah, ein schlechter Torwart hier. Boah, die buchen sich gegenseitig weg. Hier, Fab. Vorlage. Boah, ich bin destroyed. Ich hab einen destroyed. Wie viel zur Vorlage? Zerstörung. Das ist aber echt hier... Wie viele hier schon klappgegangen sind? Oh Gott. Oh ja. Nein, 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 nein. Ich möchte dies nicht. Stopp, hör auf mit dem... Du springst, der ist ja der Wahnsinn. Wie spring ich denn? So völlig, völlig sinnlos. Ja, ich weiß, so wie ich jetzt gerade. Ich weiß, manchmal verpeile ich das irgendwie. Oh, komm hier. Zack. Zacki, zacki. Nice. Deicer, deicer. Alter, die plätten wir aber ganz schön. Ja, wenn schon, denn schon, ne? Da müssen wir aber beibleiben, ne? Darf man nicht nachlassen. Nö, da bleiben wir dabei. Da sind wir dabei. Da sind wir dabei. Oh Gott, das ist ein bisschen ungünstig. Aber der will Eigentum anfangen, komisch. Der kommt zurück. Ja, schade, leider nicht. Ah, fuck. Jetzt aber langsam, langsam, langsam. Pfepp, pfepp. Nice. Ich habe mir die Bande genutzt. Er hat versucht, mich abzudrehen. Falsche Richtung, sorry. Ja, ja. Alles gut. Ich drücke ihn in die Ecke. Sehr gut. So, mit dem Hack, Alter. Und nochmal. Mist, das hätte ein Tor werden können, wenn ich nicht so draufgeprescht hätte. Jetzt nochmal. Oh Gott, er hat den gesaved. Naja, mehr oder minder. Ich auch. Oh, ich habe leider keinen Boost. Den würde er machen. Nee, würde er nicht machen. Na, wobei? Oh, die sind immer ein bisschen durch. Der hat Regenbogenboost. Nice. Ja, das könnte was werden. Ich bin in der Luft geflogen. Ja. Ah, verdammt. Aber du hast ihn gut weggebrezelt. Nice. Ich weiß nicht, ob ich ihn weggebrezelt habe. Ja, habe ich. Ah, vorbei. Ah, verdammt. Ich bin ganz knapp unterdurchgejumpt. Oh, was war das? Nur noch 30 Sekunden, ach so. 30 Sekunden. Nein, 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 nein. Sehr gut. Keinste hängt für mich, Alter. Keinste hängt für mich. So, Fab, jetzt musst du den machen. Da. Den musst du jetzt machen. Wenn den jetzt nicht machst, darf ich den die Broccoli-Pro schimpfen. Och, Mann. Sag doch nicht sowas. Das ist gemein. Okay, zweite Chance. So, jetzt, komm. Das ist stattfalsch. Ich stand falsch. Trotzdem haben wir gewonnen. Und ich habe zwei Tore gemacht, ja? Das hast du gut gemacht, ich habe einen Piraten. Replay, Revanche, oder? Deine Aufnahme. Ja, Revanche. Was ist denn hier PsyNet, Alter? Das raff ich auch nicht. Leute, wenn ihr wisst, was das bedeutet, wenn die Spieler PsyNet sind, schreibt es uns in die Kommentare. Google ist dann freundlich reinposten, ne? Ach so, okay. Einfach nur ein Joke. Und lustig sein. Nicht, dass wir hier wirklich gegen Bots zocken oder so, ne? Das kann ja sein. Wenn das Bots sind, dann steht da KI oder AI. Wegen BlaBla Intelligence. Automated Intelligence. Weiß nicht, was heißt AI? Artificial Intelligence. Ja, von mir aus Artificial Intelligence. Künstliche Intelligenz. AI. Da gab es mal so ein Film mit so einem Kind. Ja. Ja, mit so... Das war, ähm... Äh... Ja, das war eine KI, das Kind. Ja. Das verbringst du auch die ganze... Ja. Deshalb habe ich diesen Film... Eine AI war das. Richtig. Der Film heißt ja auch... Der Film ist traurig. Ich weiß. Kennst du den Film der 200 Jahre alt? Den kann ich eigentlich nicht wirklich gucken. Ne, den... Den... Den finde ich nicht... Ja, finde ich nicht so doll. Also, Rest in Peace, Robin Williams, aber... Den verbringst du nicht so doll. Das ist ein bisschen ungünstig jetzt. Wow. Da stand aber Sergeant Max LP hat das Tor gemacht. Ja, abgefällt. Ich habe mich das letzte berührt. Nein, drück diesen Knopf. Achso. Nice. Ich weiß nicht, was ich da gemacht habe und warum ich auf dem Rücken gelegen habe. Aber es läuft bei uns. Der könnte was werden. Oh, nicht. Ich habe den gesaved. Der kommt nochmal zurück. Ja, ich bin aber... Oh, der kommt nochmal zurück. Ach. Nein. Alles gut. Ich bin hier. Ja, gut. Den hat er jetzt gut als Vorlage da reingehämmert. Ja. Wollte er auf cool mit dem Rücken mit dem Rücken drückt. Dings machen. Aber ganz ehrlich, nicht mit mir, ey. Boah, ich wurde destroyed. Der kommt nochmal. Nein, das war dumm. Das war dumm von mir. Och, Alter. Ich sage gar nichts mehr. Was war das? Ich habe den anderen Gegner nicht gesehen. Ach, dran vorbei. Alter, febt das nicht dein Ernst, ne? Ja, ist nicht mein Ernst. Komm, ich habe vorhin schon zwei Tore gemacht. Alles gut. Wir haben Spaß. Das ist so die Hauptsache. Spersel. Spannisel. Der schießt doch, der Hauptsache, dass wir Spaß haben. Ja, irgendwie haben die eine andere Taktik seit neuestem, ne? Und zwar die FAB ist Demenz-Taktik. Aha. Es sieht den Ball nicht und springt irgendwo hin und macht irgendwas. Oh Gott, der kommt auch richtig gefährlich vor das Torfab. Alter Schwede, nicht schlecht. Hätte ich Buß gehabt, dann hätte das geklappt. Ups. Entschuldige? Wie ich den Ball immer sinnlos umkreise. Nein! Das war richtig ungünstig. Nein! Das ist so schlimm, ist das. Ja. Und vor allen Dingen so langsam. Das war ein Eigentor im Grunde. Das war nicht im Grunde. Aus der gegnerischen Seite raus. Ich wollte den eigentlich ganz woanders hin. Aus der gegnerischen? Aus der gegnerischen Seite raus. Nee, aus unserer, also, ja, egal. Für den Gegner war das aus der Gegner. Aus der gegnerischen Seite. Für den Gegner war das aus der gegnerischen Seite heraus ein Eigentor. Guck mal, damit rechnen sie jetzt nicht. Nice. Ich bin, ich hab keinen Boost, ich hab keinen Boost. Jetzt hab ich keinen Boost. Fabb, der kommt da hinten nochmal. Ich versuch ihn zu safen. Oh, schade, der wär gut gewesen. Aber ich drehe mich hier grad auf den Boden und mach ein bisschen Breakdance. Oh ja, der kommt gut. Der kommt gut. Fabb, nice. Nice. Ja, ist okay, ist okay, ist okay. Kann man mit, kann man mit arbeiten. Ah, Mist. Ich hab ihn falsch erwischt. Ja, komm, Eigentor. Tor von Fabb. Der hat schon gekribbelt in den Fingern. Bitte drück diesen Knopf, bitte drück diesen Knopf. Warum denn? Man will das sehen. Willst du das sehen? Ja, ich will sowas sehen. Dann lass, dann lass. Ja, dann sag mir doch nicht, ich soll den Knopf. Ich weiß ja nicht, ob du das sehen willst. Ja, ich bin, ich bin um die Uhrzeit. Das ist doch immer die Menschen, die in FIFA sich dann irgendwie jedes Tour mal 8 Millionen mal angucken. Ja, warum denn nicht? Weil es furchtbar ist, weil es einfach furchtbar ist. Ja, einmal reicht. Egal, gar nicht. Gar nicht? Gar nicht. Gar nicht. Gar nicht. Ich weiß, ich weiß. Da kam der Kranich und sagt, ich kann nicht. Der Kranich. Gar nicht. Jetzt haben wir dein Tor nochmal gesehen, weil ich es gelassen habe. Du hast es gelassen, ja. Und zwar aus Demenz. Angefährlich. Nimmt immer so viel Zeit, dieses Angucken des Tores in Anspruch. Ja, kann man, ist doch cool. Kann man das Video ein bisschen strecken. Ich sag's mal andersrum. Wenn man Zeit hat, kann man sich sowas anschauen. Max, das ist gemein. Das ist echt gemein. Der weiß ganz genau, dass ich dringend ins Bett muss. Er natürlich auch. Weil das ist so heute Abend unser Thema, dass wir kaum Schlaf kriegen. Ja, wegen Arbeit und Aufnahme und weiß ich nicht was. Ich mach grad den virtuellen Facepart von GTA, ne? Ja, ja, mach. Was machen die eigentlich hier? Was ist deren Taktik? Ich bin da noch nicht so ganz up to date. Ich weiß nicht, was die genau vorhaben. Just a minute. Was machen die beiden? No one knows this. Oder einfach nur irgendwie so ein bisschen neben der Spur heute? Ja, aber ich bin auch neben der Spur heute. Ja, du bist immer neben der Spur. Das ist bei dir so krass. Ach, das stimmt nicht. Das stimmt. Das ist nicht wahr. Ist das nicht dein NICHT? Ich bin auch manchmal neben der Spur. Ich bin grundsätzlich neben der Spur. Ich gebe das auf jeden Fall zu. Ich bin grundsätzlich geisteskrank. Ich hab einen Destroy. Also ich bin an der Decke gefahren. Nein, was ist das denn? Alter. Das war gefährlich. Oh Gott, scheiße, ich bin zu früh gefahren. Ich bin nur falsch gesprungen. Ja, okay, die versuchen hier grad was. Ja, okay, okay. Nein. Ich hab einen super Boost. Ich komme. Nein, und ich springe daneben. Nice. Oh, oh, jetzt geht's über Pingpong, wie sie hin und her. Oh, nice, den hat er gut gesaved. Ah, das war's, Alter. Nice, gewinnablau. Nice. Leute, ich krieg ein Hufeisen, das hab ich jetzt freigeschaltet. Wenn euch das gefallen hat, dann schreibt uns doch was Nettes in die Kommentare. Besucht auch den Sergeant Max. Wir freuen uns auf euch. Bis dann. Tschüss. Wau, 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 wau. Vielen Dank.